Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 3. August Die Kinder Ephraim, die Gehanisch den Bogen führten, fielen ab zur Zeit des Streits. Psalm 78, Vers 9 Das geschah nicht in irgendeinem Krieg, bei irgendeinem Volk. Nein, das geschah in Israel, dem Volke Gottes. Die Bibel sagt uns, dass alle die Kämpfe des alttestamentlichen Gottesvolks Vorbild, Lehre und Warnung enthalten für die Gemeinde des Neuen Testaments. So ist es also für unser Glaubensleben wichtig, über diese unglückselige Geschichte heute noch einmal nachzudenken. Die Spannung war auf das Höchste gestiegen. Mit gewaltigem Geschrei rückte der Feind, der Gottesvolk bedrohte, heran. Und genau in diesem Augenblick ging die Nachricht von Mund zu Mund. Die Ephraimiten laufen weg. Das war ein Schlag. Ausgerechnet die Krieger aus Ephraim. Wie herrlich hatten die da gestanden in ihrer großartigen Rüstung. Und nun ließen sie einfach dem Feind das Feld. Diese Psalmstelle spricht davon, dass der Herr seine Leute, wenn sie nicht treu sind, fallen lassen kann, gerade in dem Augenblick, wenn es ernst wird. Helmut Lampater sagt es in einer Psalmumdichtung so. Da ließ er über sie entbrennen, den Zorn das Feuer seines Grimms. Er strafte, ließ ins Unglück rennen, sein Volk die Söhne Ephraims. Das ist eine ernste Wahrheit. Gott straft seine untreuen Kinder oft nicht mit Unglück, sondern dadurch, dass er sie versagen lässt und ihren Glauben zum Spott macht. Wenn Christenleute nicht mehr richtig zu ihrem Heiland stehen, dann zieht er die Hand ab, dass wir am bösen Tage nicht mehr Widerstand tun und das Feld behalten können. Wenn im Ernstfall unsere Kraftlosigkeit an dem Tag kommt, ist es höchste Zeit zur Buße und Umkehr. Herr, beseitige alle Halbheiten und Unklarheiten zwischen dir und uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.